Olle, ich habe es selten erlebt, dass so eine gedrückte Stimmung bei eurer Mannschaft war unter den Spielern. Ja, es kommt auch nicht so oft vor, dass man ein Spiel so hoch verliert und auch wie wir heute relativ deutlich unterlegen waren, weil der Gegner einfach besser war am heutigen Tag. Lag es am Gegner oder hat heute vieles nicht geklappt, was meinst du? Ja, es liegt an beiden. Es lag sicher auch an uns, aber es lag am Gegner, hat sich gut auf uns eingestellt, hat von Beginn an Druck gemacht, hat die Tore relativ früh gemacht und dann war es schwer, da wieder reinzukommen in das Spiel. Aber ich denke, auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn wir am Ende noch zwei Tore kriegen, können wir das Positive rausziehen, dass wir uns nicht aufgegeben haben, sondern immer versucht haben, trotzdem noch ein Tor zu erzielen und dann auch belohnt wurden dadurch, am Ende dann nochmal ausgekontert wurden. Aber auf der Leistung der zweiten Halbzeit können wir trotzdem aufbauen. Ja, ich habe auch in der zweiten Halbzeit eine starke Phase von euch gesehen. Woran lag es? Was konntet ihr anders machen? Wir haben einfach dann ein bisschen mutiger Fußball gespielt, vielleicht den Respekt dann abgelegt in der zweiten Halbzeit und dann hat es einfach ein bisschen besser geklappt. Wie ist es, wenn so eine Größe wie Kickers Offenbach mit Oliver Reck auf der Trainerbank nach Spielberg kommt? Natürlich müssen sie Oliver Reck fragen, wie das für die ist. Wie das für dich ist? Ja, es ist schön. Es ist ein Erlebnis hier für alle Spielberger Fans, glaube ich, dass jetzt solche Gegner kommen. Das haben wir uns im letzten Jahr hart erarbeitet, dass auch das Stadion voll ist und dass es ermöglicht werden konnte von vielen Helfern, dass wir hier spielen können gegen Kickers Offenbach am Talberg. Das ist, glaube ich, eine Riesenleistung gewesen. Wir konnten es heute nicht zurückgeben, die Leistung an die vielen Helfer, aber ich denke trotzdem, dass es für alle ein Erlebnis war, gegen Kickers Offenbach zu spielen. Und wenn da ein Trainer wie Oliver Reck, den alle kennen, noch auf dem Fernsehen, hier auf der Bank sitzt, ist das auch ein schönes Erlebnis. Aber im Endeffekt können wir uns davon nichts kaufen, weil wir haben wieder keine Punkte gekriegt. Wird es gegen Freiburg 2 klappen müssen? Das ist ja euer nächstes Spiel auswärts und ein Konkurrent da unten. Ja, es ist sicherlich ein wichtiges Spiel für uns. Klappen müssen ist immer so eine Sache. Im Fußball lässt sich schwer so einen Zwang herausspielen, sondern wir müssen ein gutes Spiel machen einfach. Auch dort wieder defensiv gut stehen, nach vorne mutig spielen und alles geben, die drei Punkte zu holen. Es war von Anfang an klar, dass die Saison hart wird. Wie ist es, wenn man mittendrin ist und das auch fühlt? Es ist nicht besonders schön, aber wie gesagt, wir konnten uns darauf einstellen und wir lassen uns nicht abbringen in der Stimmung oder sonst irgendwas. Weil wir wussten, worum es geht. Wir wissen, dass wir hart kämpfen müssen. Wir wissen, dass es immer noch drin ist. Wir haben zwar jetzt ein bisschen den Anschluss verloren, aber es ist im Fußball alles möglich. Und wir glauben immer noch daran, dass wir stark genug sind, die Klasse zu halten. Ole, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Schönen Abend noch. Frohe Oster. Platz. ВОG legend pres яли